So, wir sind endlich in unserer neuen Stadt angekommen und wollen uns jetzt hier unsere neue Zivilisation aufbauen. Ja. Mhm. Ja. Schön hier. War ein anstrengender Weg. Das auf jeden Fall. Wir haben es geschafft, aber wir sollten irgendwie gucken, dass wir irgendwas hier, die Nachbricht fähren, so können wir hier nicht bleiben. Ja, das sieht man in der ganzen Gegend aus. Ich schnapp mir Konrad und wir gehen Nahrung suchen. Ja, gute Idee. Das ist, glaub ich, ne sehr gute Idee. Und ich? Ich guck mal, ob ich einen Unterschlupf vor uns bauen kann hier. Genau, genau. Und ich werd mich dann unter die Erde begeben, sobald ich die Werkzeuge davor habe und ein bisschen Stein für uns farm für nützliche Werkzeuge. Wir sollten uns vor Einbruch der Nacht aber wieder hier treffen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Ich hol mir nur ganz kurz hier das Zuckerrohr. Ich hab hier nämlich schon sechs Zuckerrohr gefunden. Das ist schon mal wunderbar. Chanst 91 ist Kollox. Ja. Und Cardi Miebe ist Lieblings... Äh, Konrad. Ja, Konrad. Ich wollte grad den TS-Namen verließen. Ja. Okay. Von dem großen Baum lassen wir aber erstmal die Finger, denn den werden wir als Base verwenden. Ach, scheiße. Diesen Baum hier? Ja, dann wollen wir später irgendwas reinbauen am besten. Ich brauch erstmal Licht, damit ich irgendwas sehe. Wow, ich hör, ich hör. Boah, ich hab grad erschrocken, wie die Gegner zerfallen. Ich hör hier so Skelettengedöns. Ähm, ich klopp euch schon mal das Zuckerrohr in die Truhe. Und dann geh ich jetzt farm. Es tut mir leid, falls das Video ein bisschen laggy ist. Ähm, das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich jetzt nicht grad die höchsten FPS hier habe. Ich bin bei 40 momentan. Und wir gehen jetzt erstmal Bäume farmen. Oh, ich auch, ne? Ja, klar, alle. Wenn ich mal einen Baum finden würde. Ja. Meint ihr, ein Dulfel greift an, wenn ich den schlage? Wahrscheinlich. Ich würd's nicht testen. Nee, schaffe ich auch nicht drauf. Wow, ich will jetzt nicht mehr dafür zum Scherfen. Nicht jetzt schon. Naja, und wenn jemand stirbt, muss man mit der Folge sofort aufhören. Ach. Das ist jetzt die neue Regel. Ich buddel mich, ja genau. Und dann dürfen wir auch 10 Minuten lang nicht mehr auf den Server joinen. Puh. Ich bin geschwungen. Und wir haben hier sogar ein sehr, sehr schönes Territorium erwischt. Ja, kommt auch wieder in den Laufgase an. Riesigen Baum. Und, ja, wie gesagt, ich werd mich jetzt unter die Erde begeben. Ich hab ja schonmal genug Holz gemacht. Ich brauch auch Holz, damit ich was bauen kann bei uns. Ja, warte mal ganz kurz. Könntest du mir direkt ein bisschen Stein geben für ein großer Schwerf? Ja, Moment. Ich geh jetzt ganz kurz hier drüben, dass wir nicht direkt bei uns bauen. Denn das ist ja so unsere Location. Ich geh da so ein bisschen weg, bevor ich mich runter buddel. Was ist das denn? Hier ist ein... Ach, ein Wildschwein. Ich weiß nicht. Droppen die Wildschweine auch essen? Konrad? Ja. Ich weiß nicht. Aber ich denk mal die greifen an, oder? Was machst du da? Ja, fürchte ich auch. Hinter dem. Ich geh mit Zuckerrohr. Ah, ich hab dir was gemacht. Mir. Aber bitte keine Ahnung. Das war beim letzten Mal fast noch ein Glück. Ich hab gesehen, es gibt keine Wasserarten, ne? Habt ihr das gesehen? Wie? So ein Heilwasser? So ein helles. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich glaub, das heilt einem und gibt eine Resistenz. War das, glaub ich. Kann sein, ich bin aber nicht sicher. Das ist in manchen Mods, das ist, wo die Schleime drin sind. Aber das Connect ist nicht mit normalem Wasser. Das verdrängt das normale Wasser. Das kann echt sein, da neben dir die Schleime drin. Die hast du auf den Inseln, ne? Auch ziemlich oft. Oh. Kann sein. Was haben wir denn hier gefunden? Darf ich mich verwandeln jederzeit, so wie ich lustig bin? Ja. Äh, wenn du was hast. Okay. Ah. Oh nein. Ist das dein Leck oder was ist das? Ja. Ich hab grad auch ein übelstes Standbild bekommen. Ja. Hey, lol. Auf dem Goldschwert ist ein Schokobo. Ich hab Eisen gefunden. Oh, ich hab vergessen, wo unsere Stadt ist. Ey, ihr solltet aufpassen, was ihr euch verwandelt. Ich hab mich grad in Turkey verwandelt und dann hatte ich nur drei Herzen. Ja, Jungs. Ich hab schonmal, äh, Eisen gefunden. Das heißt, ich glaub ich hab schon genug Eisen gefunden, dass wir uns hier ein Eisenschwert machen können. Ich weiß nicht genau. Nee, glaub ich nicht ganz. Zehn Stück oder elf Stück hab ich schonmal. Leute, ich hab mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo die Koordinaten sind oder so. Immer an den großen Baum richten. Immer an den großen Baum richten. Immer an den großen Baum. Ich seh den großen Baum gar nicht. Aber ich seh die fliegende Insel. Oh, ich seh so ein Explosionsskillett. Dort eigentlichen sich Bäume hacken, ne? Oh, shit. Ähm. Pass mal auf. Ich komm mal ganz kurz zurück und stell den Ofen hin. Da drin sind 15 Eisen. Das heißt, jeder von uns kann sich ein Eisenschwert schonmal machen. Ach, sehr gut. Ich hab mich grad 15 Eisen gefunden. Aber ich glaub nicht, dass wir uns diese kleinen Schwerter machen sollten. Wie viel Wolle hast du, Konrad? Weil dieses große Steinschwert ist besser als ein Steinschwert. Soll. Ja, sonst, ähm. Ja, okay. Aber ich lass das Eisen trotzdem erstmal ein. Ich besorg dann gleich sowieso noch mehr Steine. Ich versuch da auf den Ofen zu kommen. Ich bin schon auf 3 Hungerkeulen runter. Das ist das große Problem momentan. Hier war Essen in einer der Kisten. Wir haben, also ich weiß nicht was Konrad hat. Ich hab 5 rohes Fleisch. Ja. Mit Betten für 2. Mit Konrad für 3. Das ist schonmal sehr schön. Ich seh den Zahn. Darf ich das Haus direkt bei den Kisten hier bauen? Das Anfangshaus? Ähm. Ja, fang du mal an. Woran? Ich muss jetzt mal den großen Baum wiederfinden. Ach. Hier sind schonmal 11. Ich hab ein bisschen Gedöns gesammelt hier. Schokoborüben und so'n Scheiß. Ich weiß nicht wie die heißen hier. Ok, hier ist die Gusal. Gusal. So, wo sind die jetzt hier Essen? Gusal. Blueberry Muffin. Dann fordere ich die jetzt erstmal ein paar von. Ja gut, die gehen auch ok. Und geht wieder runter. Hier geht wieder runter. Ich geh an wieder. Hier hinten ist noch mehr Zuckerrohr. Woau! Pass auf, da vorne war irgendwo so ein Skelett, das Explosionspfeile schießt. Oh ok. Ich weiß nicht, wie es sind verschiedene. Kann man das erkennen? Ja, die haben irgendwie so seltsame Pfeile auf. Ich bin gespannt, wie sie dran sind. Das ist nicht gesund für mich. Hier sind Läuche verkraft. Das sind Äpfel. Der steht neben der großen Truhe. Neben den drei Truhen. Da ist momentan Eisen drin. Soll ich das Eisen rausnehmen für Essen? Ja, wir haben auch ein bisschen Essen momentan. Also ist noch ein bisschen was drin. Und das cool ist, ich habe Äpfel gefunden. Ach, wir haben Blueberry Muffins. Ja genau, wir haben Blueberry Muffins. Das ist nur einfach der Skit für die normalen. Seelachs. Ja, ist gut. Ich habe hier noch ein paar Schweine gefunden. Ich habe mir mal 8 Muffins rausgenommen. Konrad kriegt es hier von mir. Irgendwie ist mein Vater nicht so richtig, wie wenn ich ein Tier bin, ne? Soll man hier Pickfett? Nein, das zieht höher als normal. Das war so ungewohnt. Wenn man dann hier so einen Kalb nimmt und das dann plötzlich was abbaut. Ist das eine Ziege oder was? Oder ist das eine Kuh? So eine Mini-Kuh. Naja, ist egal. Das bin ich. Da auch. Ich weiß, dass du das bist. Ja genau, ich habe auch schon 6. Darf man F3 drücken? Sonst Koloss? Ja bitte. Koloss. Nimm die mal mit. Okay. Und das auch. Ich habe auch ein bisschen Fleisch. Ja, aber dann kannst du das schon mal abraten. Okay. Ich habe auch ein bisschen Holz. Das ist ja hier viel einfacher wegen dem Mammott. Gleich ist auch mal eine Truhe, wenn ihr es braucht. Ja, das ist gut. Ich hole noch mal ein bisschen mehr Stein, damit wir mehr Öfen und so machen können. Das ist ein bisschen Holz, das hat so lange dauert ey. Ja, deswegen mit dem Mammott. Das hat so lange dauert. Und Cola habe ich ja auch gefunden. Achso, weil der im Prinzip alles auf einmal abbaut, ne? Ja. Also wer Bedarf hat, kann sich auch gerne einen Eisenschwert craften. Oh, Halschwert geht schon. Ja. Ich weiß auch nicht was, ich habe hier so ein komisches Erz gefunden. Das kann ich auch nicht mit meiner Spitzhacke, mit einer jetzigen Spitzhacke abbauen. Ich... Sind das Dias? Was? Jetzt schon? Ne, nein. Ne, das ist keine Dias. Das sieht aber so ähnlich aus. Was sind doch diese Luftblasen unter Wasser hier? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Luft ist. Ne, das sind gar keine Luftblasen. Ich sollte den Baum zurückfinden. Ich sollte, äh, Ding ins Baum. Aber den Baum sieht man ja eigentlich recht gut, oder? Raaah, Konrad, raaah! Oh, da ist ein Kino. Ich weiß halt... Ich weiß halt nicht, was das hier für ein komisches Erd ist. Also es hat so diesen blauen Schimmer. Aber es hat auch nicht die... Ach, hier steht es ja. Blue Topaz War ist das. Alles klar. Es gibt, äh, Edelsteine, glaube ich, ne? Ja, irgendwie sowas ist das Ding mal. Hier ist irgend so ein Typ hier in unser... Also bei unserem Baum. Was für ein Typ? Bonepile. Hä? Töte ihn! Äh, ich würde ihn nicht angreifen. Ich wurde gerade angefangen von irgendwas von hinten... Oh, da ist ein Tiger! Oh, oh. Ich wollte... Creeper, Creeper! Nicht sterben. Wir haben ihn nichtmals nachts. Äh, das Haus ist aber fast fertig. Ja, echt? Nein! Alles gut, statt raus! Ich wurde angegriffen! Ich weiß nicht, was hier los ist. Cool, cool, cool. Ist das ein Gegner? Hey, du Typ mit rückenden Dingens auf! Ach, den hab ich eben auch gesehen. Der sieht ein bisschen asiatisch aus. Ohne ich soll mir die Klischee zu bedienen. Der kämpft gegen den Tiger! Ach, du bist der Tiger! Ich bin der Tiger! Ja so! Ich greif diesen Typen da an! Oh, ich hab ihn aufgenommen! Geil! Und der hat voll viel gedroppt! Du hast aufgenommen? Ich hab ihn aufgenommen! Diesen Typen! Ich weiß aber nicht, was das war! Warte mal eben! Pech-Fourier steht da dran! Alles klar! Ähm! Wow! Das war laut! Das ist dieser Bogenschütze wieder! Ne, das war ein Creeper! Oder so! Herbert, hier haben wir ein anderes Geräusch, oder? Äh, Quatsch! Uns verwandeln! Ja, der Creep hat's aber andersrum gedacht! Das ist einer von uns hier, ne? Die Server wird! Den hab ich getötet! Ah, okay! Okay, meine Steinspitakt ist kaputt! Aber ich hab nen Stack Stein fast! Ich komm mal wieder hoch, ne? Das ist einer von uns! Mir wird angezeigt, wie viele Viecher ich getötet hab von einer Art, ne? Wo denn? Wenn du auf dieses Apostroph drückst! Oder so! Neben dem Fragezeichen oben! Ach so! Es ist Nacht! Du kannst dich verwandeln! Ach, das! Es ist Nacht! Ja, also wir haben schon mal ein Anfangshaus! Okay! Ja, ist schon mal gut! Ist es wenigstens groß genug, dass sich alle drei Anteil kommen können? Ey, ja! Wenn ich mich so scharf verwandelt habe... Oh, Standbild! Ja, ich hab schon wieder ein Standbild gehabt! Jedes Mal, wenn's hier verwandelt, gibt's irgendwie ein Standbild! Kann man's sagen! So, wo ist der Baum hier drüben? Weil ich hab mich vorhin verband, da habt ihr alle gesagt, da war ein Standbild und so! Okay! Ja, kann natürlich sein, dass er irgendwie... Ich sollte auch mal helfen beim Bauen, ey! Ich sollte mal gucken, was ich in der Tasche hab! Wow! Der Typ hat voll viele Beeren fallen lassen, ey! Reis hat er fallen lassen! Ich hab schon wieder 10 Zuckerrohr! So! So! Ich hab einen Hocker! Okay! Ach, wunderbar! Das tust du schon mal einigermaßen aus! Oh, wer ist das? Ich hab doch diesen kleinen Typen getötet! Hallo! Ist das niemand? Doch, das bin ich! Ich hab diesen kleinen Typen getötet! Hä? Das hab ich, äh... Ach, nein! Oh, Leute! Ich hab schon wieder ein Standbild! Das liegt an der Verwandlung! Das liegt an der Verwandlung! Ich hab nur richtig gefährliche Tiere! Schlimmste ist ein Waschbärmer, ja! Ist das scheißegal, woraus wir erstmal was bauen hier? Ähm! Was war das? Ich hab grad S... Ich hab grad was geholt! Hier ist ein Hagerfeuer jetzt plötzlich! Ah ja, das hab ich... Das ist beim Creeper explodiert! Ja, ähm... Ich hab einer... Deine Steine! Ja! Kannst du mir einen 3 geben? Mönch mal eben was testen! Ja! Oh, was ist er jetzt? Danke! Ich mach mir immer... Ach, stamm! Ich hab kein Holz mehr! Ähm... Ich pack mal den Ofen! Statt, ähm... Holz jetzt Kohle! Ich hab mich mal hier gefunden! Und? Ich mach mir mal ein Eisenschwert! So, es hätten nur noch 9 Eisen! Ähm... Wir hätten jetzt noch kein ordentliches Schwert! Ich hab ein Goldschwert! Ich hab ein Steinschwert! Ich hab mir jetzt... Ich hab mir jetzt ein Eisenschwert gemacht, ne? Ich sollte mir merken, nichts zu bauen, wenn ich ein Tier bin! Interessante Frage ist, wo sind die ersten 4 Eisen? Also, irgendwer hat sich... Also, irgendwer hat sich schon Eisen gekrallt! Also, ich hab noch kein Eisenschwert! Ich auch! Ja, irgendwer hat sich dann wohl Eisen gekrallt! Weil ich hatte 11... 15 Stück reingepackt! Ich hab mir noch... Ähm... Vorgetan! Hier! Achso! Es kann sich sein! Ja! Dann könnt ihr euch da alle bedienen! Hier sind noch... Dort keine... Hier sind noch ein Ofen! Hier sind auch noch mal welche... Hier ist ein Ofen! Ich mach noch mal einen zweiten, ne? Ja! Guck mal! Der Stuhl da oben ist ja... Ich schmeiß da schon mal, äh... Hier das Fleisch rein! Ja! Eisen ist entfernt in der Kiste! Okay! Ähm... So! Wo stellen wir jetzt den zweiten auf? Koloss? Ja bitte! Guck mal über dir an die Decke und drück mal Rechtsklick da dran! Warte! Ich muss mir mal ein bisschen krampeln! Hahaha! Nein! Ich weiß was da für Hoffort! Wir haben ja gleich eine Ordnung... Äh... Ich mach mal ganz kurz hier auch nochmal kurz schick! Rechtsklick! Achso! Sitze ich draußen! Lol! Aber ich komm so nicht wieder raus! Äh... Du musst Schiff drücken! Ja, ich weiß! Dann stehe ich aber draußen! Hahaha! Jo! Pass auf mit der Decke hier! Die Gegner können uns dadurch auch erkennen! Das ist ja schon Chocobo drauf! Ja, aber... Mehr können sie ja nicht! Chocobo mit einer... Ja, genau! Das sind die Schwerte aus dem Steg-Pack! Nicht wundern, die hab ich nicht! Ich benutze momentan mein eigenes Texture-Pack! Also hast du keinen Chocobo drauf? Äh... Ich... Ich hab auch meinem Goldschwert den Stormy drauf! Ich bin im Cashback! Und... Äh... Ja... Hä? Ach... So... Äh... Gut! Ich bin... Was ist denn das für ein Ring? Ich hab schon mal ein... Ach du bist hier ein Schocobo! Heißt das irgendwas mit Feuer? Ich weiß es nicht! Ich glaub das heißt was mit Feuer! Äh... Ich mach nochmal eine Spitzhacke! Wir haben noch... Wir haben noch... Das ist... Rodrigo! Aber wenn's nur lecker ist! Ey wir haben hier ein Schocobo! Ich... Ich nehm mir zwei Eisen! Das ist meins! Ich hab einen getötet! Darf ich mich bereiten mein Freund! Bye-bye! Die erste Folge ist doch fast vorbei! Aber echt? Wir haben schon mal 15 Minuten! Also wir haben noch 10! Oh! Ich spare mir eben... Äh... Ich hab keine Sachen nicht pflanzen können! Das wollte ich nämlich eigentlich gucken! Du konntest nämlich... Irgendeine Mod-Pack konntest du aus den Beeren Saft machen! Dafür konntest du hier so einen Juicer machen! Oder irgendwie... Da gibt's auch irgendwie so ein... Ähm... Irgendwas mit Wein, das ich hier lesen! Ich komm mir nicht raus! Ich komm mir nicht raus! Okay! Ich komm mir nicht raus! Da kommt ein Creeper! Da kommt ein Creeper, ne? Ich hab mich zweimal getötet! Ohhhh! Alles gut! Er hat mich nicht mehr erwischt! Er hat mich nicht mehr getötet! Er hat nur den Baum weggefetzt hier! Mit der Zeit wird das hier schon voll nice! Konrad, du schlafen! Äh... Wie viele Betten haben wir jetzt eigentlich, Jungs? Ähm... Die Betten noch gar keine, aber ich hab... Etwas an Wolle mitgebracht! Ich glaub das... Wie viel denn? Weil... Hast du noch was an Wolle, Konrad? Sechs Wolle haben wir insgesamt! Nee, ich hatte mehr! Es ist gut, wenn man ein kleines Tier hat, um draußen rund zu laufen, ne? Naja... Ist praktisch! Da wird man nicht vielleicht gesehen, ne? Auch! Hier, also du hast acht, ne? Und Konrad hat sechs! Nee, ich hab... Ich hab nur eine gehabt! Du hast nur eine! Das wär neun! Das wär neun! Was weißt du? Dann können wir uns auch... Als Ratten oder sowas... Oder als Käfer fallen wir keinen Meter auf! Echt? Aber das Problem ist... Es gibt Motten oder so, hab ich gesehen! Motten und die Bellen hab ich auch schon gesehen! Wir brauchen 15 Wolle! Jaja! Für fünf Betten, ne? Ja komm ich lass euch mal eben die Wolle hier und... Geh dann nochmal eben auf großartige Erkundungstour! Ich hab Angst hier aus zu gehen legen, weil... Ich schau mich mal hinterm Baum um! Der hat gerade schon aus Reflex auf die Ratte geschlagen, die uns die Wolle geklaut hat! Äh... Ja, da ist ein komisches Skelett-Freak! Den greif ich mal nicht an! Ich hab keine Lust mich jetzt schon... Nee, ich bin hier... Ich hole noch ein bisschen Holz, ne? Ja, Achtung! Da ist dieser komische Skelett-Freak! Dann ist dieser Freak, der... Ich weiß nicht was der macht! Der sieht irgendwie nicht nett aus! Das Lava? Äh... Oh oh! Der hat dich im Visier! Wow, wow, wow! Der schießt, der schießt! Er hat mich getroffen! Treffer! Doppelter Crit! Dreifacher Crit! Okay, tot, tot, tot! Ich wollte jetzt hier nicht KS machen, aber... Äh... Alles cool, das Ding hat uns doch so getötet! Sooo... Nein! Was hat's erwischt? Hat's... Achtung! Da war... Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer! Der ist verzaubert! Der ist verzaubert, ja... Auf, aufpassen! Super, 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 super! Der hat ein Chestplate getroppt! Ist das ein Eisen? Der hat ein Jetpack! Der ist verzaubert, ein Jetpack! Das ist eine Eisen Chestplate! Moment, ich baue immer ganz kurz wieder dicht, ne? Pass auf, es ist noch ein Creeper! Es ist noch ein Creeper! Ja, ich logge den weg! Pass auf, die Creeper explodieren übelst weit! Die haben die übelste Range! Sollte ich... Sollte ich nicht wiederkommen, sagt meinen Kindern, ich liebe sie! Du wirst wiederkommen, mein Freund! Ich hoffe es doch! Du findest da die Nacht! Äh, das Haus ist fast vollkommen wieder zu viel! Fuck, fuck, ich komme nicht wieder! Da ist ein Skelette! Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich! Das Ding ist direkt hinter dir! Ich komme, ich komme! Es wird Tag, es wird Tag! Das ist ein Wehrwolf, das ist ein Wehrwolf, das ist ein Wehrwolf, das ist ein Wehrwolf! Ich hit ihn weg! Halt, ich hit ihn weg! Wo hast du gesagt, das ist ein Wehrwolf! Ich hol ihn mir, ich hol ihn mir! Alter, der macht aber nicht viel Schaden! Alter, wie viel halte ich hier aus? Wie viel hat er von uns lebt? Oh, sorry! Ich geh weg hier! Abflug, Abflug, Abmarsch, Abmarsch, Abmarsch! Ja, weg hier! Scheiß auf die Seele! Alter, ich werd so hart gehittet! Was hittet mich denn da? Ich hab dich einmal geschlagen! Sorry! Ich hab noch drei Herzen... Drei Herzen hab ich mir noch! Boah, wir sind umzingelt! Wir sind umzingelt! Rein, 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 rein! Zurück zum Haus, zurück zum Haus! Damit soll dich vorsichtig sein, ne? Ja! Ich bin im Haus, ich bin im Haus, ich bin im Haus, im Haus! Bleib drin, bleib drin, bleib drin! Aber die verwandeln sich leicht zurück, die verwandeln sich leicht zurück! Das ist... Oh, muss mich erschrecken! Mann, ich war's! Kartoffeln! Bewahr die Kartoffel hier auf! Aus einer Kartoffel können wir tausend... Und das beste Essen, find ich so, in Vanilla Minecraft sind Backkartoffeln! Ja, ist so! Jetzt essen sie so gerne da! Aus großer Kartoffel, voll große... Alter, ich werd mir so ein leger Feld anlegen! Ihr wisst nicht, wie krasse Farm ich baue, ey! Ah, hier sind Skelette! Wow! Hier sind mehrere Skelette! Und der Werwolf ist auch noch da! Lass es, lass es, lass es! Zu viele Leute da! Ich dachte grad so, wow! Kommt der in der Glitsch hier durch die Wand oder so! Wann wird's denn mal wieder Tag? Ja, es wird grad Tag! Aber die Viecher schießen immer noch! Es regnet eh! Geht mal wieder rein! Geht mal wieder rein! Ich hab noch 10 Sekunden! Weakness! Leute, geht mal wieder rein! Geht mal wieder rein! Was ist das für ein Orange gewesen hier? Das ist der Werwolf! Oh nein! Wo ist ein Werwolf? Da unten war grad einer! Der da! Weg, weg, weg! Weg weg! Alls Haus, alls Haus! Los, los, los! Ey, er ist verwandelt! Jetzt ist es dann wieder mensch! Jetzt der lieb! Aber hier kommen Skelette! Das eine hat komische Pfeile! Hier, guck mal' die alte Mann, hier ist der Werwolf! Ja, der, ja! Welcher alte Mann merci! Nicht palm, nicht hitten! Wie nicht hitten! Habt ihr den Typen gehittet? Ja, das ist positiv! Prabards drüber tut ihr nichts! Achso, super! Ok, die Skelete sind auch down. Da unten sind noch welche. Einer hat Feuerpfeile, einer hat Feuerpfeile. Ich hol's mir. Wir sollten uns nächstes mal besser noch mal ein Ding aufbauen. Einen Ding hier für Farmen. Vielleicht bauen wir da unten. Ja, da unten könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da anfange mit kleinen Farmen. Aber ich würde diesen Fluss früher oder später zuklatschen. Dieses Skelett hittet mich so hart weg. Ich komm da nicht ran. Ich setz mir jetzt ein Ziel und mach da unten anfangen mit meiner Farm nächstes Mal. Dürfen wir eigentlich F3 drücken? Hey lol, das Wildschwein greift mich ohne Grund an. Da siehst du Koordinaten. Das 4 eigentlich ohne Grund angegriffen. Ja gut, okay. Denk ich mal, ne ich mein, wir können ja nicht immer durch... Naja, da wird schon niemand was gegen haben. Guck, das Löwe. Irgendwann sind wir uns und wissen nicht, wo wir sind. Ja, gut. Alter, wie viel bringen denn die Blauwein auf uns? So, was ist das? Als Ende in Stadt 2. Zack. Alter, sind die Wildschweine. Ekelhaft. Oh, ich hab Strawberry Seed. Total, das Knochenbruch, wenn man runterfällt. Ich hab auch Reis. Ja, das ist richtig unappetitlich. Boah, ich würd gehen wir so was anpacken. Hier ist auch irgendwie so komisches Wasser. Ich weiß, das sieht aus wie dieses Healing Water. Wir können hier nicht so dunkeln Bäume pflanzen. Ach man, diese Scheiß-Skelette. Ich muss doch diese Kacke hier mal abreißen, ey. Diese ganzen Blätter hier, weißt du? So ein bisschen anständiger Platz ist für normale Bäume. Ja. Wir haben Charries, die nehmen wir auch mit. Oh ja. Jojo, alles was... Ich möchte alles aufpflanzen, was geht. Ich möchte... Konrad, Konrad, warte mal. Warte mal. Ja, ja. Hier. Warte. Nimm die mal mit. Ich bin ein Bauer sein. Äh, was ist dieses 4? Ist das einer von uns? Ist das wieder Colors oder... Nee. Ich bin nicht verwandelt, nein. Okay, was ist das hier? Ein Panther? Ach, sehr süß. Das tut aber nichts. Cool, dass wir alles möglich sein können, was wir wollen im Grunde. Hier schon wieder Zuckerrohr. Alter, ich hab schon wieder... Ich hab 23 Zuckerrohrs. Das heißt, Bücher hätten wir auch schon mal. Zuckerrohrs auch wichtig irgendwie, ne? Das ist wichtig für Bücher. Das brauchst du Bücher. Und... Ein Schwein hab ich auch noch mal. Ach, die Schokoboos machen sogar Schokobo-Geräusche. Die ist ja gar nicht böse. Ja klar. Die müssen auch Schokobo-Geräusche machen, ey. Ja, eigentlich schon, aber... Das ist ja trotzdem noch mal... Überraschend. Hallo. Ich suche allen nützlich für mich. Geht doch. Komm her, Felser. Die hängen einfach Apfel vom Baum runter. Ja, genau das Halbjahr. Das ist ja gerade das Coole. Oh, hier ist ein Tiger. Zwei Tiger. Leckt das Server gerade? Ja, ich sammle gerade irgendwie nix auf. Nein. Ich kann das Schwein nicht hitten. Ach so, das meinst du? Ja, ich kann gerade auch nichts aufsammeln. Das ist gerade schlecht. Ich kann das Schwein nicht hitten. Bei mir leckt's nicht. Oh, das Tiger. Aber mir tut sich nichts zu und du kannst nichts tun. Ach so, ich kann nichts machen. Ich kann auch nichts machen. Ich kann halt rumlaufen. Ich sehe auch die Viecher. Oh, jetzt bin ich geflogen. Ja, jetzt bin ich gerade auch geflogen. Ach so? Nee, das ist nicht Zeitüberschreitung. Das ist einfach abgestürzt gerade. Ja gut, dann sind wir trotzdem mit 20. Hinten sind wir eigentlich auch relativ gut dabei, ne? Und sie sind mit 22. Wir konnten uns halt jetzt nicht schön verabschieden. Nee. Ey, das ist ein bisschen blöde. Sonst lieber verabschieden, oder? Wenn der Server gar kein Problem hat. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge von City of Beyond. Ja. Ich bin gespannt, wie's noch weitergeht. Lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Es lohnt sich definitiv. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschau.